In diesem Video erklären wir euch das sogenannte Dashboard. Dort befindet ihr euch, sobald ihr euch eingeloggt habt. Hier findet ihr die von euch erstellten Parcours. Um den Bereich übersichtlicher zu gestalten, könnt ihr Ordner anlegen. Dazu klickt ihr oben rechts auf das Ordner-Symbol. Nun könnt ihr einen Titel eingeben und eine Farbe für den Ordner auswählen. Klickt anschließend auf Ordner anlegen. Falls ihr im Nachhinein Änderungen vornehmen möchtet oder den Ordner löschen wollt, klickt auf das Werkzeug-Symbol in der unteren rechten Ecke des Ordner-Icons. Um den Ordner zu löschen, wählt im Menüband den Button Löschen und gebt den exakten Titel eures Ordners ein. Außerdem könnt ihr hier wählen, ob die enthaltenen Parcours ebenfalls gelöscht oder in euer Dashboard verschoben werden sollen. Falls ihr den Ordner löschen wollt, klickt hier. Wenn ihr einen Parcours aus einem Ordner entfernen und zurück in euer Dashboard führen wollt, könnt ihr ihn per Drag and Drop verschieben. Dafür zieht ihr ihn auf meine Parcours.